Uns läuft die Zeit davon. Unsere Feinde könnten schon bald die Kontrolle über die Kriegssatelliten erlangen. Anastasia hat an einer Beschleunigung des Wiederaufbaus gearbeitet. Doch ich bezweifle, dass es funktioniert. Sie hat vielleicht Rasputins Neurostruktur überarbeitet, aber sie hat ihn nicht gebaut. Niemand versteht den Kriegsgeist so wie ich. Doch es kann nicht schaden, sie nach anderen Methoden suchen zu lassen. Solange die echte Arbeit weitergeht. Rasputins Algorithmus kann zweifellos seine Codebasis rekonstruieren. Er braucht nur weitere Subgeistdaten. Brich in die Tresore und hole mehr davon. Vielleicht kann uns Anastasia dann ihr Nebenprojekt zeigen, wenn du zurück bist.